Musik Es wurde versucht, an einigen anderen Tierarten mit den Hunden zu arbeiten, hat sich aber nicht bewährt. Das ist mit der Grund, warum der Kuhhund heute vom Aussterben bedroht ist. Musik Es gibt vielleicht noch 100 bis 150 Exemplare insgesamt, von denen ungefähr 60 bis 70 kleinrassig sind, die auch noch an Rinder arbeiten können. Musik Der Hauptgrund, warum die Hunde so selten waren, ist diese Arbeitsform, für die die Hunde gebraucht wurden, gibt es heute leider nicht mehr. Musik Das Vereinsziel ist, die Kuhhunde zu vermehren, und wieder in ihre ursprüngliche Arbeit zurückzubringen, auch die Hürtentradition zu erhalten und den Leuten zu zeigen, wie diese Hüteform oder Hürtenform früher in Deutschland praktiziert wurde. Musik 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 Musik